Für dieses Video muss ich sogar mal die Brimstone-Mütze zeitweise an den Nagel hängen, denn heute geht es um einen anderen Controller, nämlich den neuen Agent namens Cloth. Der neue Non-Binary Agent hat uns alle überzeugt, würde ich sagen. Ich nenne ihn nur noch C-Love, denn ich bin verliebt. Ich habe in letzter Zeit fast ausschließlich Cloth gespielt und hier meine Top-Tipps. Generell ist zu sagen, dass es bei Cloth darum geht, dass sich alles um Zeitfenster dreht, in denen man agieren muss. Punkt Nummer 1. Wenn man einen Frack gemacht hat, muss man nicht unbedingt direkt healen. Die Pick-Me-Up-Fähigkeit ist zwar nice, aber man kann auch auf den richtigen Moment warten, damit man im Nachgang umso länger overhealed ist. Ich zünde die Fähigkeit Pick-Me-Up nicht direkt, sondern so spät wie möglich, um sie so lang wie möglich zu haben. Logisch. Wenn wir gerade bei Pick-Me-Up sind, dann sollten wir über die First Round sprechen, in der man im besten Fall eine Ghost oder eine Sheriff kauft, um dann, ähnlich wie bei Rainers Overheal, Pick-Me-Up zu nutzen und somit kein Shield zu brauchen und trotzdem aber über 100 HP zu haben. Also, First Round, immer Pick-Me-Up kaufen und kein Shield. Generell sollte man Cloth ziemlich sneaky spielen und kann dafür natürlich ideal seine Smokes verwenden. Denkt immer dran, wer zuerst in der Smoke ist, hat den Vorteil, sollte der Gegner reinsteppen, denn man sieht natürlich seine Waffe oder irgendeinen Teil seines Körpers früher, als er dich sieht. Zu den Smokes ist vielleicht noch zu sagen, dass man diese nur setzen sollte, wenn man gerade in Cover ist. Ansonsten kann das etwa so enden. Außerdem kann man diese wunderbaren, runden Kugeln auch nutzen, um einen Raum zu schaffen. Ich sag gern mit Bauchsmoken, sodass der Gegner nicht weiß, aus welcher Seite man rauspiekt, sollte man sich dazu entscheiden, aus der Smoke rauszupuschen. Die Ultimate Not Dead Yet sollte man nur dann zünden, wenn man kurz darauf auf den Cover gehen kann oder vielleicht einen Mate dabei hat, der einem hilft. Andernfalls pushen euch gute Gegner und das war dann ein kurzes Vergnügen. Dann der Bonustipp, man kann die Ultimate auch zum Waffensaven am Ende der Runde nutzen, sofern der Timer noch nicht abgelaufen ist, bevor die Runde vorbei ist. Und eins sollte man sich nach dem Zünden der Ultimate gleich angewöhnen, ruhig und sauber aimen, sich nicht zu sehr stressen, denn das führt meist zu keinem Frack und den braucht man, selbst wenn der Gegner gerade wegrennt. Die zweite Fähigkeit, Metal, ist natürlich super hilfreich, wenn man diese mit anderen Damage-Fähigkeiten anderer Agenten kombiniert, denn sie decadet den Gegner, zieht ihm also 90 HP ab und wenn man darauf einen Sova-Shock-Dart oder vielleicht eine Raise-Nate setzt, kann das ganz schön wehtun. Solltet ihr wissen, wo der Gegner sich befindet und ihn pushen wollen, dann Metal raushauen und den Fight für sich selber vereinfachen. Denn der Gegner hat ja, wenn er getroffen werden sollte, minus 90 HP für einen kurzen Zeitraum und den muss man nutzen. Da haben wir es wieder. Zeitfenster.